Pro-Bro Lifestyle ist in the building, Alter. Ja, genau. Oder wenn wir jetzt von uns sehen, da kommen gute Gefühle hoch, weil wir auch sehr viele tolle Sachen halt erlebt haben. Das war auch echt life-changing für mich so. Weil ich gesehen habe, was da so passiert in der Gesellschaft während dieser ganzen Covid-Geschichte, ja. Wie ist das ganze Pro-Bro-Ding dann zu Ende gegangen und wie hast du den Weg dann in die neue Richtung gefunden? Das war eigentlich auch so der Höhepunkt in meiner Karriere damals als Natural Bodybuilder, aber auch als Unternehmer mit Pro-Bro-Wear, mit Pro-Fuel. Dann kam ja diese Shitstorm noch auf uns zu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Matthias Nachbohr. Dann weißt du ja, wie es sich anfühlt, im Feuer des Shitstorms zu stehen. Wir wurden ja immer beschuldigt in bestimmten Kreisen, dass wir Stoff nehmen. Da habe ich halt gedacht, okay, wenn ich nicht an mein Geld komme, dann regle ich das auf meine Art. Kennst du ja so ein bisschen meine Vorgeschichte, oder? Ich bin auch in einem kriminellen Umfeld aufgewachsen. Nach dem Bungee-Jump sind wir noch ins Gym gegangen, obwohl wir alle total am Arsch waren. Ja, ich weiß. Mit Jerome und mit dir. Und dann haben wir uns vor das Gym gestellt. Yo, 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 yo. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Wird ein nicer Talk, wird ein geiler Talk. Ich freue mich auf jeden Fall. Der Patrick ist auch schon auf der anderen Leitung am Start. Wir haben eben schon zwei Minuten gequatscht. Ich will ihn jetzt auch nicht zu lange hinhalten. Auf jeden Fall haben wir heute Patrick Reiser am Start. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass auch so mein ganzer Weg in der Öffentlichkeit auch mit dem Bruder zusammenhängt. Mit dem ganzen Team Pro Bro. War auf jeden Fall eine sehr geile Zeit. Ich habe Bock mit ihm nochmal ein paar Sachen Revue passieren zu lassen. Zu gucken, was in seinem Leben so passiert ist. Ein bisschen uns auszutauschen, gegenseitig uns Fragen zu stellen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ein paar Leute sind schon da. Ich lasse den Patrick jetzt auch nicht länger warten. Wir schalten direkt rüber zum Mr. Reiser. So, drei, zwei, eins. Boom. Was geht ab, Bro? Boom. Hi, Leon. Hi. Pro Bro Lifestyle ist in the building, Alter. Ja, genau. Pro Bro Lifestyle. Warum? Weil er gut ist, oder? Weil er gut ist. Ja, ja. Geil. Es waren geile Zeiten. Ja. Es ist lustig, weil du gesagt hast, dass dein Start in der Öffentlichkeit mit mir begonnen hat. Und wenn ich so zurückblicke. Ja, weil ich habe dich auch angeschrieben auf Instagram noch. Weißt du? Ich habe so gesehen, hey, dieser Leon Lovelock da, irgendwas hat der, der hat Style, der hat was und der hat Potenzial. Und dann habe ich dich angeschrieben und stimmt, das war so der Startschuss eigentlich für alles, was danach so gekommen ist. Ja, ja. Social Media halt. Du warst, glaube ich, nicht so krass aktiv dort schon, oder? Nein, ich habe damals angefangen mit Facebook. Also das war so das erste Ding. Lovelock Aesthetic. Da habe ich so eine Facebook-Seite aufgemacht und so mein Fitnesswissen mit den Leuten ein bisschen geteilt und dann war es auch schnell so, dass ich euch auf den Schirm gekriegt hat. Erst war es Karl S. Also Karl S. war so der erste, den ich abgecheckt habe aus der deutschen... Obwohl, gestern habe ich noch gesagt, Flavio Simonetti war eigentlich der erste deutschsprachige Fitness-Youtuber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und von ihm habe ich ein paar Videos geschaut und dann habe ich den Karl S. irgendwann... Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe die Jungs einfach mal an. Dann habe ich den Karl angeschrieben, der hat sich nie zurückgemeldet. Und irgendwann habe ich dann auch mit Instagram angefangen und dann habe ich mich mit dir connected so, weil ich euch einfach auch gefeiert habe. Und so ging das eigentlich dann richtig los. So mit euch habe ich dann auch die ersten Vlogs gemacht und sowas. Also das war schon auf jeden Fall eine geile Zeit so. YouTube-Kanal dann auch aufgemacht. Ja, ja, das waren schon wilde Zeiten auf jeden Fall. Definitiv. Wann waren das vom Jahr her? Kannst du dich noch erinnern? Das muss so 2013 oder so gewesen sein, ne? Ja, ja, 2014, 2014 war das. Ich glaube, also du warst an der FIBO dabei. Du 15 warst dabei und 16, ne? Ja. Du warst bei der allerersten FIBO auch dabei. Ja, 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 ja. Ich glaube, so krass war es nie wieder. Ich glaube, so krass war es an der FIBO nie wieder. Ey, das war so... Ey, wie viele Leute da waren, ne? Also GA und ProBros standen, da waren ja wirklich, standen ja tausende Leute um uns rum. Das war heftig. Das war echt heftig. Das war echt heftig. Ich kann mich noch erinnern. Und vor allen Dingen auch dann in der Schweiz auch, was wir zusammen auch durchgemacht haben. Auch zum Beispiel der Bungee Jump und sowas. Das werde ich auch nie wieder vergessen so. Weißt du? Weiß ich noch. Ja, ja, weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wie Angst ich auch hatte eigentlich das zu tun. So, weißt du? Auch schon einen Tag vorher habe ich zu dir gesagt, nein, Bro, ich werde es auf keinen Fall machen. Ja, aber das hast du gemacht. Das hast du dann gemacht. Ja, ich weiß noch, ich weiß noch genau. Ja, ja, klar. Ich weiß noch, wie wenn es gestern gewesen wäre. Das war auch echt life-changing für mich so. Diese ganze Zeit auch euch kennenzulernen und diesen Lifestyle zu leben, weil du musst dir so vorstellen, ich war der Einzige in meinem Freundeskreis auch, der richtig mit Fitness durchgezogen hat. Und ich hatte halt keine Leute, um sich ein bisschen gegenseitig zu motivieren und diesen Lifestyle wirklich durchzuziehen. Und als ich dann bei euch ins Team reingekommen bin, bei Pro Bro, war es halt geil, weil dann warst du auf einmal surrounded von Leuten, die auch den Lifestyle so mit durchgezogen haben. Weißt du? Ja. Und das war für mich definitiv auch eine sehr prägende, geile Zeit. Deswegen für mich auch immer positiv, auch wenn es dann leider ein bisschen, in Anführungszeichen, negativ auseinandergegangen ist, werde ich die ganze Zeit immer positiv im Kopf behalten. Weißt du? Auf jeden Fall. Nehmen wir eine coole Zeit. Auch hier in der Schweiz, dann mit Karl, waren wir am neuen Ausgang und auch alleine an der FIBO, ja, da haben wir so viel Spaß und so viel erlebt. Ich meine, weißt du, wenn du so als Athlet auf dieser Bühne da stehst, bei uns am Stand und dann siehst du diese tausend Menschen und alle feiern es einfach. Es ist einfach eine einzige Party und das macht ihr auch mit einem. Da werden auch Glückshormone ausgeschüttet, Serotonin, Noadralin, Dopamin und das heisst, wenn wir zwei uns sehen, oder? Wenn wir zwei uns sehen, da kommen gute Gefühle hoch, weil wir auch sehr viele tolle Sachen halt erlebt haben. Wir verbinden, wenn wir uns sehen, verbinden wir Freude, verbinden wir Ekstase, Aufregung, das verbinden wir halt in diesem Moment. Weil unser Gehirn einfach, das hat aufgespeichert worden. Ja, war eine mega geile Zeit, ich weiss dir. Du warst auch schon damals, muss ich auch sagen, du warst schon damals auch einer der Ersten, der dann auch so spirituelle Sachen angefangen hat zu erzählen. Auch damals schon, ne? Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich meine, alleine dieses, wo sich dann auch leider ein paar Leute drüber lustig gemacht haben, dieses Energie aus dem Boden und so. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja eigentlich so witzig in Anführungszeichen, aber ich weiß doch, dass du schon damals auch ein Typ warst, der schon so in die spirituelle Richtung tendiert hat. Also noch nicht so extrem, aber du hast schon hier und da immer wieder so spirituelle Sprüche auch gebracht. Motivation, Mindset, Spiritualität war immer auch ein Teil von dir schon, gell? Ja, du benutzt das Wort spirituell und Spiritualität, das ist natürlich ein sehr abgedroschenes Wort, oder? Und das ist so, weisst du, wenn wir tausend Leute im Raum haben und wir sprechen über Spiritualität, dann meint der eine vielleicht, hey, Spiritualität heisst, an Gott zu glauben, der andere sagt, nee, das hat was mit Energien und Engel zu tun, der andere sagt, das hat was mit Liebe zu tun, der andere sagt, nee, das ist eine ganz bestimmte Haltung. Das ist ein Begriff, ja. Ohne, dass wir ihn jetzt genau definieren und auseinandernehmen, ist es schon sehr, sehr schwammig, ne? Aber ich würde ihn mal trotzdem vielleicht kurz definieren, damit wir alles vom Gleichen sprechen. Ja, kannst du ja mal für dich definieren, was für dich Spiritualität bedeutet quasi so. Genau, übrigens, ich weiß nicht, vielleicht hört man es, das ist der Jacky, mein Hund, der im Hintergrund bellt. Geht es ihm wieder gut eigentlich? Ich habe im Vlog gesehen, der war ein bisschen krank, gell? Ja, 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 ist ja schon älter, weißt du, er ist elf Jahre alt, jetzt zwölf Jahre alt, jetzt dann. Und als wir in Dänemark unterwegs waren, da waren wir so zwei Wochen unterwegs und er wollte dann nach Hause. Er liebt es hier zu Hause. Wir sind an einen schönen Ort hier gezogen, mitten in der Natur. Wir haben vor dem Haus, links, rechts, hinter uns niemand. Wir haben einen Blick auf die Berge, Blick auf den See. Das ist das Haus, was ihr selber gebaut habt auch, ne? Ja, genau, genau. Das ist das zweite Haus, was wir gebaut haben hier in der Schweiz. Und da wohnen wir jetzt, das andere vermieten wir. Und das ist einfach ein außergewöhnlicher Ort hier. Also jeder, der auf Instagram mal schaut, manchmal Storys oder auch Fotos, das ist auch ein außergewöhnlicher Ort hier. Hier mache ich auch Live-Coaching-Days unter anderem. Und der Kleine hier, Fien ist das Paradies, weißt du, der geht manchmal einfach raus, dann ist der eine Stunde draußen irgendwo, der macht dein Ding. Und das ist auch eine Aufgabe hier als Hund. Er hat die Aufgabe hier, diesen Ort zu bewachen. Wir haben hier viele Gämsen, wir haben auch einen Wolf schon gehabt. Und er hat einfach eine Aufgabe hier. Also du bist mitten in der Natur, gell? Also so richtig wittend. Mitten in der Natur, ja, ja. Also es ist schon aufgelegen. Ich bin aber auch schnell wieder in Zürich. Ich bin so in 45 Minuten, eine Stunde in Zürich. Und das ist auch geil, weil ich wollte doch nicht so ganz, ganz, weißt du, drei, vier Stunden abgelegen sein, sondern ich wollte einen Ort finden in der Natur. Zugang zu See, Zugang zum Bach, zu Berge. Aber gleichzeitig wollten wir auch schnell wieder in der Stadt sein und am Flughafen, sodass wir auch flexibel sind. Und das war interessant zu sehen, weil der kleine Hund ist ein Jack Russell, ein Parson Russell. Und der ist einfach auch nochmal aufgegangen, seitdem wir hier wohnen. Weil, wie gesagt, eine neue Aufgabe, ein grösseres Revier. Die entwickeln sich auch. Tiere entwickeln sich auch. Es ist sehr schön, das auch zu sehen. Und als wir in Dänemark waren, da wollte er einfach noch eineinhalb Wochen, er wollte nach Hause wieder. Und dann hat er Magenschmerzen bekommen, psychosomatisch auch bei Tieren. Ja, war aufgeregt, wollte nach Hause, das lange rumfahren mit dem Bus. Es hat ihm auch nicht so viel Spaß gemacht. Und dann sind wir dann umgekehrt. Und sobald wir wieder zu Hause waren, ich schwöre es dir, Bro, einen Tag später, wie wenn nichts wäre, alles ganz normal, voll wieder am Start. Krass. Da siehst du mal, was die Umgebung manchmal ausmachen kann. Auch bei Tieren. Auch bei Tieren, ja. Heftig. Das ist krass. Wir waren mit dem VW-Bus unterwegs, wa? Wir waren mit dem VW-Bus unterwegs. Also die erste Reise mit dem VW-Bus. Auch meine erste Reise so. Aber wir haben während der Corona-Zeit haben wir halt uns überlegt, wir wollen ein bisschen unabhängig und flexibel sein. Das war auch einer der Gründe, warum wir mehr in die Natur gezogen sind. Weil wir sind hier unabhängig. Wir sind hier mehr oder weniger autonom, autark. Wir haben Sonnen-Voltaikanlagen. Solaranlagen, genau. Sammeln Strom von der Sonne. Wird gespeichert hier. Das heißt, selbst wenn es Blackout geben würde, sind wir gut abgedeckt. Wir haben einen Garten, wir haben Quellwasser hier. Wir sind einfach relativ unabhängig, würde ich jetzt mal sagen. Das war auch einer der Gründe. Weil ich gesehen habe, was da so passiert in der Gesellschaft. Das habe ich noch mal deutlicher gesehen, während dieser ganzen Covid-Geschichte. Und dann haben wir uns eben auch überlegt, komm, wir holen uns noch einen VW-Bus, wo du den schlafen kannst, mit Küche. Wo du einfach einsteigen kannst, auch mit dem Kleinen, mit dem Hund. Wir können irgendwo hinfahren, sind flexibel, können irgendwo benachten, können wieder nach Hause. Das war der Grund, warum wir ihn gekauft haben. Und nach Dänemark zu gehen, das war unsere allererste Reise. Dänemark und Norwegen, genau. Der Strand sah mega geil aus. Erst habe ich gedacht, du bist irgendwo in Miami oder in der Karibik. Ohne Scheiß. Komplett weißer Strand, blaues Wasser. Wir waren früher als Kinder auch oft in Dänemark. Ich habe es gar nicht mehr so krass vor Augen. Aber dass der Strand auch so paradiesisch da ist, hätte ich gar nicht so eingeschätzt eigentlich. Ja, es ist ein schöner Strand, weißer Sandstrand, ja. Und es ist breit. Vielleicht hast du einen Vlog gesehen auf meinem YouTube-Kanal. Oder du kannst dort entlangfahren am Beach. Das ist schon geil. Das habe ich so nur in Australien mal gemacht. Und in Miami. Also ich habe das in Miami. Also das sah für mich ähnlich wie Miami aus. Nicht mit Auto, nur die Polizei ist da mit ihren Buggys durchgefahren. Aber die haben auch so einen riesenbreiten Strand. Ich war ja auch ein Jahr in Mexiko. Und da war der Strand nicht so breit. Als ich dann nach Miami gereist bin, habe ich gesehen, da war so ein riesenbreiter Strand. Ich glaube fast 200, 300 Meter oder so Strand. Weißt du, das ist schon krass. Ja, Miami, geile Strände, alles geil. Aber du kannst ja nicht mit dem Auto entlangfahren. Weißt du, das meine ich. Weil in Dänemark kannst du das. Und es gibt in der Insel in Australien, Kangaroo Island, nee, nicht Kangaroo Island. Was war das für eine Insel? Ich habe den Namen vergessen. Auf jeden Fall dort kannst du auch mit dem Auto am Strand entlangfahren. Das ist schon auch geil, weil du kannst am Strand einfach schlafen im Auto. Du kannst entlangfahren am Beach. Und wenn du so, stell dir vor, du fährst im Auto, in einem coolen Auto, was auch geeignet natürlich ist für den Beach, so ein Pickup oder eben so ein VW-Bus, 4x4. Und du fährst und das ist einfach Meer und Strand. Schon ein cooles Feeling, finde ich. Ja, kann ich mir vorstellen. Nee, gell? Jetzt kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr geil. Hey, was mich auch nochmal interessieren würde, ist so, wie ist eigentlich das ganze Pro-Bro-Ding, also wie hast du denn deine Transformation gemacht quasi? Also wie ist das ganze Pro-Bro-Ding dann zu Ende gegangen und wie hast du den Weg dann in die neue Richtung gefunden? Was war da so, gab es da irgendwelche Auslöser für? Das würde mich nochmal interessieren, wie das alles so passiert ist, weil ich habe das gar nicht so richtig krass auf dem Schirm gehabt, wie das Pro-Bro-Ding dann auch geendet ist und wie du dann einen neuen Weg gestartet bist quasi. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Ja, war eine spannende Zeit auch und am Schluss bringen wir dann noch die Definition von Spiritualität rein. Ja, genau. Das lassen wir noch offen, das lassen wir noch offen, so schön. Aber jeder stellt sich da was vor. Nee, es war so 2016, das war eigentlich auch so der Höhepunkt in meiner Karriere damals, als Natural Bodybuilder, aber auch als Unternehmer mit Pro-Bro-Wear, mit Pro-Fuel, mit dem Online-Coaching-Unternehmen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig, komischerweise, war es auch so gleichzeitig ein Tiefpunkt, also Höhepunkt und Tiefpunkt zugleich. Ich erkläre auch gleich, warum. Ich hatte 2016, hatte ich ja nochmal einen Wettkampf, Natural Bodybuilding-Wettkampf mit Mischa. Diese Wettkampftiäte haben wir alles auf Social Media dokumentiert, auf YouTube. In den Staaten war die da, glaube ich, oder? Ja, in den Staaten, in den Staaten. Es war eine geile Zeit. Es war wirklich eine richtig geile Zeit. Wir haben ja auch abgedreht für den Film Game Changer. Ja. Der auf Netflix... Habe ich mir reingezogen. Ja, Mischa ist dort drin. Mich haben sie nicht reingenommen. Mein Englisch war zu schlecht. Mein Englisch war so schlecht. Genau. Und das war alles so da. Da haben wir abgedreht für unseren Kanal, für Netflix. Und es war einfach eine richtig geile Zeit. Wir haben praktisch so drei Monate in L.A. gelebt. Und ich hatte dann den Wettkampf im Juli in Sacramento. Mein allererster Profi-Wettkampf als Pro-Natural-Bodybuilder. Ich habe mir damals, als ich Weltmeister geworden bin, 2014 so die Pro-Karte geholt. Das ist einfach so, so kriegst du so eine Karte und dann heißt es einfach offiziell, hey, du bist jetzt Pro. Du bist Profi-Bodybuilder, ja. So, um diese Pro-Karte zu bekommen, musst du halt Weltmeister werden oder auch Gesamtsieg, den Gesamtsieg gewinnen. Zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft, Österreichische Meisterschaft, Schweizer Meisterschaft, wo auch immer. Und dann habe ich die Diät durchgezogen, weiter durchgezogen, bin dann nochmal in Miami gestartet. Im Oktober und im November hatten wir unseren eigenen Wettkampf organisiert. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Pro-Roll-Klassik. Da habe ich mir gedacht, schade, dass ich nicht mehr am Start bin, die Schwester. Da wäre ich eigentlich gestartet, die Schwester. Das hätte ich dann auch wirklich mitgenommen, weil ich hatte mir ja damals auch gesagt, so, vielleicht auch mal irgendwann auf die Bühne gehen. Dann habe ich da so ein bisschen das, dann, als ich bei Pro-Bro raus bin, dann habe ich ein bisschen so die Motivation verloren, irgendwie auf der Bühne stattzufinden und habe dann einen anderen Weg, ein bisschen anderen Weg eingeschlagen. So, das wäre auf jeden Fall geil gewesen, Alter. Boah, du wärst gut gewesen. Du hättest gut abgeschnitten. Ich war ja, ich war in der Jury mit Mischa, mit Simon Panda war da, ja, wir haben Simon Panda einfliegen lassen von LA. Wir hatten Sophia Thiel dabei, der Air-Chan war noch dabei. Also bekannte Fitnessgrößen damals, ja, auch heute noch, die hatten wir als Jury. Und das war ein großes Ding, was wir da organisiert haben, weil da waren 1600 Menschen und ich glaube 140 Athleten und Athletinnen. Und das Ding war, Mischa und ich, als wir uns kennengelernt haben 2013 und wir und ich angefangen haben mit diesem YouTube-Game, ja, ein Ziel damals war einfach, dieser Sport, Natural Bodybuilding, vielleicht kannst du dich noch erinnern, einfach gesellschaftsfähiger zu machen, ja, bekannt zu machen. Wir haben doch auch voll oft darüber geredet, wo wir auf der GNBF waren, zum Beispiel mit Patrick Teutsch, weißt du noch? Ja. Da war ich auch, aber da haben wir ja auch voll oft darüber geredet, da habt ihr das ja auch immer wieder erwähnt, ey, wir wollen unseren eigenen Verband gründen, wir wollen das Ding irgendwie größer machen, wir wollen mehr Aufmerksamkeit da drauf bringen, weil halt leider wenig Aufmerksamkeit noch auf diesem Natural Bodybuilding-Bereich halt war so, ne? War, aber hat sich jetzt krass verändert, ne, wenn du jetzt mal schaust, oder, das ist, der Sport allgemein, Bodybuilding, Natural Bodybuilding, ist viel grösser geworden, als noch 2013, 2014. Also wir haben da gute Arbeit gemacht und andere natürlich auch über Social Media. Aber es war so eine Vision von uns, diesen Sport geiler zu machen, weil wir waren, wie du gesagt hast, an verschiedenen Wettkämpfen, Deutschland, Österreich, Schweiz, und die waren, weißt du, die waren so nicht richtig geil organisiert. Das war so eine Sporthalle, da war so eine Bühne, okay, aber es fehlte der Glamour für meinen damaligen, ja, so Oldschool, es fehlte die Professionalität, der Glamour für mich damals, ja, und wir wollten das unbedingt verändern und dieser Wunsch, diese Vision wurde dann tatsächlich erfüllt durch diese Pro Bro Classic, das war der größte, der weltweit größte Natural Bodybuilding-Wettkampf, der mir jemals stattgefunden hat. Echt, ja? Das war der größte, 1.600 Menschen, es gab nur einen größeren und das war die Mr. Olympia in Vegas. Krass. Zur damaligen Zeit, ja. Wir haben das Ganze auf das nächste Level gehoben, weil wir hatten so schöne VIP-Lounges gemacht in der Halle, wir hatten einen Lamborghini reingestellt, wir haben mit Sponsoren noch Sponsoren reingeholt. Es war trotzdem ein Verlustgeschäft für uns, wir haben irgendwie 30.000 Euro draufbezahlt, der ganze Event hat uns ungefähr 130.000 Euro gekostet, weil wir wollten einfach, das richtig geil machen. Wir hatten jemanden, der eine Show gemacht hat auf der Bühne mit seinem BMX, wir hatten also eben Shows, wir hatten geile Lichter, wir hatten eine Leinwand hinten, sodass auch die hinten, die hinten auf den Rängen saßen, das genaue Bild sahen. Wir haben das Ganze gestreamt, Livestream, das gab es damals auch noch nicht groß. Und ja, und dann, ich hatte dort noch einen Gästeauftritt, Guest-Posing. Ich selbst, ich war ja in der Jury, aber ich dachte, hey, wenn ich den Event schon mache, auch für die Leute, die vielleicht mich hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, mal live sehen wollen auf der Bühne, weil ich war ja nur in Amerika auf der Bühne, für die starte ich dort, auch an meinem eigenen Event, als Guest-Guest-Guest-Poser. Habe ich dort die Guest-Posing-Kür gemacht und danach habe ich meine Frau, Julia, den Heiratsantrag gemacht auf der Bühne. Das ging auch noch... Das habe ich mir alles noch reingezogen. Krass. Weil, weil, weil ich dachte so, shit, dieser Event hat uns so viel gekostet, ich muss irgendwie noch was rausholen. Komm, ich mache Julia auf der Bühne einen Heiratsantrag, weil dann, ja, es ist einfach eine geile, geile Atmosphäre und das passt dann perfekt rein. Und ihr seid bis heute zusammen, ne? Ja, ja, aber das mit dem Geld war jetzt nur ein Witz, aber ich dachte einfach, hey, es passt, der Moment passt. Alle meine Freunde waren dort, Familie und so weiter, da habe ich hier den Heiratsantrag gemacht. Genau, das ist auch schon ein epischer Moment auf jeden Fall so, ne? Also, wenn du da deine erste, deine erste eigene Veranstaltung auf die Beine stellst, so viele Leute dabei, live gestreamt und dann da einen Antrag machen, ist schon was geil, da hast du dir schon was Nices einfallen lassen auf jeden Fall. Es war spontan, es war wirklich relativ spontan, aber waren es sehr schöne Momente, ein sehr emotionaler Moment auch. Mein Vater ist dann gekommen auf die Bühne, habe ihn lange, lange, lange nicht weinen gesehen und habe ich so Tränen bei ihm in den Augen gesehen. Es war auch so, ja, süß, so weißt du, mein Vater, mein Vater sonst, der einfach keine Gefühle zeigt oder einfach rausgekommen dort bei ihm. Wann sehr schöner Moment, ja. Crazy, crazy. Und dann, jetzt geht es noch weiter, und dann, nach diesem Event, ich glaube, zwei Wochen danach, dann kam ja diese Shitstorm noch auf uns zu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Matthias Nachbohr. Oh, ja, stimmt. Wurden irgendwelche Videos geleakt und so, ne? Ja, das war auch crazy, crazy stuff. Also, soll ich dir mal erzählen? Erzähl mal ein bisschen, ihr habt ja schon öfter mal mit einem kleinen Shitstorm zu kämpfen gehabt, ne? Ja, ja, du auch, oder? Oder ich? Ja, ich auch, oder? Bruder, in der Corona-Zeit ging es bei mir richtig runter. Ja, das habe ich mitbekommen, krass, ja, weil du den Wodrag irgendwie geinterviewt hast. Was war da los? Apropos Wodag, am Sonntag ist der Dr. Wolfgang Wodag wieder bei uns hier im Talk dabei, Leute, wisst ihr Bescheid? Ich habe ihn wieder eingeladen, wir wollen das alles nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Das war nicht wegen ihm, das war, weil ich halt vorher, also ich war in Deutschland eigentlich der Erste, der sich hingesetzt hat und diese ganzen Maßnahmen kritisiert hat, weil ich so innerlich ein Gefühl hatte, dass hier irgendwas nicht stimmt und ich habe diesem Gefühl halt freien Lauf gelassen, weißt du, wie ich meine? Ich habe mich halt hingesetzt und habe halt wirklich auch sehr intensiv gesagt, dass das gerade nicht so ist, wie es uns präsentiert wird und dass wir uns nicht so viel Angst machen lassen müssen und habe halt sehr hart auch gegen die Regierung geschossen und so und das hat halt bei mir einen riesen Shitstorm ausgelöst, einer der größten Shitstorms, glaube ich, die es in Deutschland so gab, weil halt einfach, ich war halt der Mainstream-Youtuber, weißt du, wie ich meine? Ich war im Hip-Hop-Bereich unterwegs, ich habe das größte Hip-Hop-Format gehabt zu einer Zeit, habe die ganzen Rapper eingeladen, habe Straßenumfragen gemacht und war halt richtig auf dem Mainstream. Und dann auf einmal ist der Mainstream-Youtuber quasi durchgedreht, so wurde das halt dann hingestellt, und das hat mich auch schon sehr, sehr viel gekostet, sehr, sehr viel gekostet, ja. Wow, wow. Dann weißt du ja, wie es sich anfühlt, im Feuer des Shitstorms zu stehen und das alles zu fühlen und einfach zu schauen, was macht das dann mit einem, was passiert da? Das ist auch ein interessanter Prozess, finde ich. Sehr interessant. Auch ein Teil des Egos stirbt, glaube ich. So ein Teil des Egos, den man loslassen muss. Aber ich mache es kurz. Ja, mach es kurz. Ja, ich mache es kurz. Wir wurden ja immer beschuldigt und in bestimmten Kreisen, dass wir Stoff nehmen, ja, Anabolika, Testosteron, dass wir mit solchen Substanzen arbeiten. Aber wir haben immer gesagt, hey, Misha und ich, das ist ein Natural Bodybuilding. Natural Bodybuilding, das heißt, wir haben nie etwas genommen, außer das Zeug, was du überall kaufen kannst, so Kreatin, die Protein-Drinkst, die du überall bestellen kannst. Da war nichts, was sonst auf der Dropping-Liste ist, ja. Und sehr viele Leute haben das uns geglaubt, aber es gab auch immer ein paar Leute, die uns das nicht geglaubt haben. Und das hat auch immer für Polarisierung gesorgt, natürlich, was letztendlich auch für uns zugute kam, was auch geil war. Und auf jeden Fall war es dann so, wir hatten einen Business-Partner, Matthias Nachbohr hieß der, der hatte so einen Online-Shop, der dort drüber ganz viele verschiedene Supplements verkauft hat, ja. Protein-Jaggs und so weiter und so fort. Und wir hatten den Deal mit ihm, dass Misch und ich diesen Shop online pushen und promoten, weil die damals unsere Produkte von Profuel auch im Shop gehabt haben. Die hatten das exklusiv recht. Und dann war es so, dass wir herausgefunden haben, dass er Menschen betrügt, dass er ein Betrüger ist und wir hatten unser Geld nicht bekommen seit drei Monaten. Und dann haben wir ihm gesagt, hey, es ist Geld überweisen und so weiter und so fort. Und damals, damals habe ich halt gedacht, okay, wenn ich nicht an mein Geld komme, dann regle ich das auf meine Art. Du kennst ja so ein bisschen meine Vorgeschichte, oder? Ich bin auch in einem kriminellen Umfeld aufgewachsen, viele verschiedene dumme Sachen auch gemacht, rückblickend. Und ich hatte einfach da noch ein paar Beziehungen. Und dann war es so, wir haben uns getroffen in einem Hotel, Mischa, ich, seine Freundin und er. Da gibt es auch ein Video von, ne? Nein, kein Video, aber eine Aufnahme. Eine Voice-Aufnahme. Pass auf, pass auf. Dann war es so, dann waren wir da am Tisch in diesem Hotel und ich habe einfach so gesagt, du schau, wir wollen das Geld, oder? Wenn das Geld nicht kommt, dann wir lesen das nicht mit Anwälten, sondern wir lesen das einfach auf unsere Art und Weise. Weil ich einfach geglaubt habe, hey, so kommen wir an unser Geld, ja? Und dann ist ein Kollege von mir gekommen und es hat sich dann einfach hingesetzt. Der hat diesen Typen nicht gekannt. Es war im balkanischen Hintergrund. Er hat sich an den Tisch gesetzt und dann halt gedroht, irgendwie wirklich gedroht und gesagt, hey, schau, wenn du das Geld nicht bezahlst, dann ja, passiert was, ne? Und jetzt kommt's. Er hat das Gespräch aufgezeichnet auf seinem Mobile-Phone. So, diese Drohung hat er aufgezeichnet. Und das war eigentlich der Fehler von unserer Seite her oder von meiner Seite her, dass ich das überhaupt so regeln wollte. Aber damals, mit meinem damaligen Bewusstsein, ich dachte, hey, so kommen wir am schnellsten an unser Geld, ja? Ohne gross Anwälte und Papi-Papo, also regeln wir das so. Würde ich heute nie wieder so machen. Das ist das Dümmste überhaupt. Weil, ja, Gewalt ist ein anderes Thema, aber es ist einfach nicht geil, ja? So. Aber man muss dazu ganz klar sagen, was er gemacht hat, ist natürlich auch nicht geil, ne? Leute, Geschäftsbeziehungen eingehen, Leute abziehen und so. Also, da muss man halt auch damit rechnen, dass die ein oder andere das Feedback kommt, weißt du? Aktion, Reaktion. Natürlich, wenn du jetzt erwachsen bist, dann sagst du auf jeden Fall, okay, ey, das kann man so nicht machen. Ich stehe da heute nicht mehr dahinter, verstehe ich auch vollkommen so. Ja, muss man mal schauen, oder? Nicht gut gewesen, so von unserer Seite her. Auf jeden Fall kam das dann raus und dann, muss ich dir vorstellen, das hat er dann sehr schnell die Runde gemacht, auch auf YouTube. Er wurde dann eingeladen bei Garnikos, bei den anderen großen Fitnessmagazinen und hat dann auch noch erzählt, dass wir, als ich zusammen in Kolumbien war, weil wir waren zusammen in Kolumbien, dass er dort Spritzen gefunden hätte und dass wir doch eben auch Stoff sein. Das stimmt einfach nicht. Das ist völliger Bullshit. Und all das kam dann raus, also kam dann so, die Leute haben das so geglaubt, viele, und das war so der Shitstorm. Dann habe ich noch, also ich kann mich erinnern, sicher so zwei, drei Monate hatte ich auf ein Video so drei, viertausend Dislikes. Auf ein Video und da waren alle möglichen Sachen drin, so, du Hure, du dies, du das, ja, so waren, meine Mutter hat, meine Mutter hat dann die Kommentare gelesen unter meinem Video und sie hat sich so Sorgen gemacht, aber ich so, ey, alles easy, alles easy. Aber da waren einfach Sachen auch drin, so total, kennst du ja, total unter der Gürtellinie da. Und das war ein starker Shitstorm, das war auch interessant, das so zu erleben. Man hatte auch das Gefühl, dass viele Leute auch ein bisschen darauf gewartet haben, bis bei euch irgendwas rauskommt, dass man euch einen Shitstorm verpassen kann, weil ihr halt auch diese lauten, extrovertierten, neuen Vibe in die ganze Szene mit reingebracht habt, muss man ganz klar so sagen. Natural Bodybuilding, wir haben da auf der Fibo Welle gemacht, so die ganzen Oldschool Bodybuilder, die seit Jahren da sind und nie so viel Hype hatten, waren natürlich auch irgendwo abgefuckt auf euch, hat man auch gemerkt, deswegen waren ja die Stoffvorwürfe auch immer im Raum. Und ich glaube, viele Leute haben auch ein bisschen darauf gewartet, bis irgendwas an die Öffentlichkeit kommt, damit man wieder einen Shitstorm bei euch auslösen kann, so weißt du? Ich denke ja, ich denke ja, definitiv. War auf jeden Fall eine spannende Zeit und diese Zeit, also schon davor, als ich, ich weiß noch, als ich mit mich schon in Vegas war, in Las Vegas, dann nach unserem Wettkampf, habe ich so gespürt, so dieses Natural Bodybuilding, naja, ich habe es jetzt gemacht, eine gewisse Zeit, aber ich fühle es nicht mehr so. Ich habe auch so die Schattenseiten angefangen zu sehen, dass wir da auch zu sehr uns verlieren können, ja, dass wir uns nur noch mit dem Körper anfangen zu identifizieren und dort uns zu verlieren. Ich habe die Schattenseiten gesehen, beispielsweise von Natural Bodybuilding, wenn du, wenn du Wettkämpfe machst und dein Körper so runterhungst, da auf 5,6, 5,7 Prozent Körper für das ist nicht mehr gesund. Also ich habe zwei, drei Monate keinen Sex mehr haben können mit meiner Freundin damals, weil es dann noch nicht hochgekommen und so. Zu wenig Testosteron, weißt du, weil auf eine natürliche Art und Weise, wenn du Testosteron zu dir nimmst, das ist ja dann nicht mehr natürlich, dann klar, hast du noch guten Sex, aber wenn du halt diese Sache nicht von außen zugibst, weil du es halt natürlich machst, dann war auch kein Sex Drive mehr da und aber auch praktisch keinen großen, keinen Stände mehr bekommen, keinen Hoch mehr bekommen, ja. und das sind das alles so Sachen, die ich so angefangen habe. Und auch Essstörungen so, gell, also ich habe bei mir sogar gemerkt, Essstörungen, Essstörungen, alleine durch das Fibo runterhungern, ich habe ja nie einen Wettkampf gemacht, aber ich habe ja auch immer Massephase gemacht und dann habe ich Diät gemacht für die Fibo und da kommen mir dann auch, ich habe selber gemerkt, wie dann meine Essgewohnheiten aus dem Ruder geraten sind, so ein bisschen, dass man gar keine vernünftige Essgewohnheiten mehr hat, sondern eigentlich immer entweder am Hungern ist oder am Überfressen ist, so weißt du, ich meine, das hat auch eine Auswirkung, glaube ich, dann auf diese ganze Essensgeschichte so. Genau, genau. Und dann kommt da der Stoff noch dazu, oder, dass viele Leute, die Bodybuilding machen, sich vielleicht irgendwann überlegen, okay, komm, jetzt greife ich noch zur Spritze und zum Stoff und das wird dann eine Sucht. Also das geht dann, das ist dann, das ist nichts anderes als eine Drogensucht. Wenn wir mal ganz offen und ehrlich so hinschauen, das ist einfach nichts anderes als eine Drogensucht. Und es ist einfach sehr, sehr ungesund kann das auch sein. Man kann das übertreiben und viele verlieren sich in diesem Bereich und das habe ich angefangen zu realisieren und es hat mir auch nicht mehr so viel Freude gemacht und es war für mich nicht ganz easy, das so einzuordnen, weil ich habe alles auf dieses Pferd gesetzt oder all in, verschiedene Businesses aufgebaut und dann habe ich gespürt, okay, irgendwie habe ich mich da jetzt angefangen mit etwas zu identifizieren, was zu eng geworden ist für mich und ich musste es sterben lassen, damit etwas Neues geboren werden kann. Vielleicht kennt das jemand hier, der zuhört. Ich kenne das selber. Wir alle haben diese verschiedenen Phasen. Du kennst das selber auch, klar, du hast auch diese Transformationsphasen durchgemacht in deinem Leben und einfach gemerkt, dass du okay, dieses Label, diese Identifikation ist zu klein für dich, das muss sterben und es muss etwas Neues geboren werden, dieses Sterbenprozess. Vor allem, wenn du noch nicht weißt, wohin du willst, das ist dann unangenehm, manchmal unsicher. Klar. Und ich glaube, das ist auch so, ja, es hilft, das gehört zum Leben dazu, immer wieder neu entwickeln, neu erfinden etc. Und dein Kern finden, ich glaube, das ist auch so ein Riesending, weil das vielleicht nicht das war, was dein Kern, dein Inneres, ist ja auch viel basierend auf Aufmerksamkeit von außen etc., Sport, Fitness, geil, man kriegt Aufmerksamkeit, tausend Leute jubeln einen an, Nachrichten, Klicks, dies, das, bla bla bla, aber ist es wirklich das, was du liebst? Das ist ja immer die Frage so. Ist es das, für was du auch geboren bist? Ist es deine Bestimmung hier auf der Welt? Ist es deine Berufung oder nicht? Weißt du, wie ich meine? Und vielleicht hast du auch gespürt, ey, ich muss einfach einen anderen Weg einschlagen, damit ich selbst auch irgendwie, mit mir selbst auch glücklich bin, so weißt du? Weil man muss auch sagen, diese ganze Szene ist auch, die ganze Fitnessszene damals war auch sehr, sehr dreckig und sehr Hater belastet, sage ich mal, sehr toxisch in Anführungszeichen, würde man heutzutage sagen, so weißt du? Hast du ja selber auch gemerkt. Klar, klar, sehr. Und, und dieses, dieser Vorfall da mit dem Shitstorm, das war noch so, das hat mich noch mal so bestätigt, okay, so, das war so, das war's, ich muss, ich will weiter schauen. Und so hat sich dann alles entwickelt, ich habe dann 2000, also ich habe da noch ein bisschen durchgezogen, 16, 17, habe immer mehr Content auf YouTube gebracht, im Bereich der Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, habe dann sehr viel studiert, ich habe Psychologie autodiadaktisch eigentlich studiert, viel im Bereich Philosophie, Transpersonale, Psychologie, Westliche Psychologie und östliche Psychologie so zusammengepackt und zusammengebracht und vielleicht noch ganz kurz, dann mache ich zu, dann habe ich das Human Elevation Institut gegründet, das Institut für Bewusstseinsentwicklung und seitdem, ja, bin ich als Mentor, Coach, Retreat-Leiter unterwegs, habe auch ein Buch geschrieben, Autor, darf ich mich auch noch nennen jetzt, werde auch wahrscheinlich noch ein zweites Buch schreiben, schreiben, wo ich einfach Menschen begleitend unterstützen kann, die, ja, die irgendwo merken im Leben, dass sie verschiedene Kompromisse eingehen, die nicht gut sind, die ein geiles Leben wollen, einfach in einfachen Worten gesagt, wirklich ein geiles Leben wollen und ihr Potenzial, ihr wahres Potenzial entwickeln wollen, entfalten wollen, auch im Leben sich wünschen, ja, dass man ein bisschen so über die kühnsten Träume hinausgeht, wirklich ein geiles Leben und die Menschen darf ich dann begleiten und unterstützen und das ist das, was ich jetzt mache, also seit 2019, also seit jetzt auch wieder mittlerweile dreieinhalb Jahre. Krass. Wie war, wie kam es dazu, dass du dich dann mit diesen Themen beschäftigt hast? Was war der Auslöser dafür? War das dann der Shitstorm? War das die, dass alles zusammengebrochen ist oder was war so für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, okay, ich will mich mehr mit Psychologie, mehr mit Menschen, helfen, diese ganzen Sachen beschäftigen, dass du dann dieses Human Elevation auch gegründet hast und so. Gab es da noch einen Auslöser oder kam das von innen raus vielleicht so? Ja, es kam alles, alles, alles miteinander zusammen. Es sind so viele Faktoren, die da mit eingespielt haben, aber ich habe reflektiert und realisiert, dass, weißt du, immer wenn ich die YouTube-Videos gemacht habe, zum Beispiel waren wir in Maui oder irgendwo in Südamerika, in Afrika unterwegs. Und ich habe diese Vlogs auch gedreht und ich habe immer überlegt, okay, was begeistert mich daran? Also, was ist, was finde ich so geil daran? Was ist das, ich einfach sage, geil? Und letztendlich ist es immer dem Zuschauer oder der Zuschauerin, die das Video gesehen hat, der ein geiles Gefühl zu geben. Also, ich weiß, dass viele Leute sich zum Beispiel keine teuren Safaris leisten können, irgendwo in Tansania, so exklusiv. Und wenn ich die aber mitnehmen kann, denen so ein bisschen zeigen kann, was ich erlebe, wie ich das sehe, wie ich das fühle, dann ich wollte so einen guten Vibe, letztendlich ein gutes Lebensgefühl, Lebensfreude, vermitteln, entwickeln bei den Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ich habe ja auch schon früher unbewusst, das habe ich gar nicht so, nicht mit einem Plan gemacht, aber automatisch von innen heraus viel Motivationsvideos gedreht. Also, ich war einer der YouTuber, der nicht nur Fitness-Content gemacht hat, sondern ich habe ja die Menschen immer versucht zu inspirieren, zu motivieren, sie mitzunehmen, sie zu begeistern, auch für den Sport zu begeistern, aber auch in Größe zu denken, um aus ihren Mustern herauszubrechen und wirklich ein geiles Leben zu führen. Das habe ich auch immer bei dir extrem gefühlt so, dieses ganze Motivationsthema und dieses so, das hat mich auch angezogen bei dir, ohne Scheiß so. Du warst schon damals immer jemand, der so richtig, weil ich bin auch so ein Typ, ich habe das auch in mir schlummern gehabt, so weißt du, und du warst auch einer, der das ein bisschen dann aus mir rausgeholt hat. Ich weiß noch, wo wir, ich habe noch ganz genau vor Augen, wo wir in, ich weiß nicht wo genau es war, vor dem Gym standen, nach dem, jetzt bist du gerade hängen geblieben, ah, jetzt bist du wieder da, nach dem Bungee Jump sind wir noch ins Gym gegangen, obwohl wir alle total am Arsch waren. mit Jerome und mit dir und dann haben wir uns vor das Gym gestellt und dann war der Kameramann da und dann haben wir ein Motivationsvideo gedreht. Ja, das war geil, das war geil. Das sind Sachen, die werde ich nie wieder vergessen, Bro, ich will, dass du das weißt auch. Ja, gleich was, gleich was, Bro, gleich was. Ja, das war eine geile Zeit, ja. Genau, genau, ja, das, und das, und das war schon in mir und das war schon, schon früh in mir, oder ich habe das natürlich aufarbeitet und reflektiert, weil ich habe mich viel, ich habe mich so viel mit der menschlichen Psyche und dem menschlichen Bewusstsein beschäftigt oder mich interessiert, warum tun Menschen das, was sie tun? Warum haben sie Wünsche, Ziele, aber können diese Wünsche, Ziele nicht erreichen, obwohl sie das so sehr wollen? Was sind so die inneren Blockaden, die inneren emotionalen Blockaden, die mentalen Muster, Blockaden, die Wunden aus der Kindheit, aber dann auch zu schauen, okay, wer sind wir wirklich? Wer sind wir hinter unserer Persönlichkeit? Hinter der Maske, die wir tragen? Persönlichkeit kommt vom Wort Person, Persona. Maske. Und wenn wir die Persönlichkeit haben, die Maske anhaben, wer ist denn das, der oder die, der die Maske trägt? Also tiefer zu schauen, einfach mir auch die Frage zu stellen, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Warum gibt es etwas und nicht nichts? Was ist dieses ganze Existieren, dieses hier in der Welt sein? Ich meine, du und dich, wir sind hier, wir hören uns, wir machen Töne und laute mit unseren Lippen und singen und wir verarbeiten das in unsere Gehirne und wir können uns verstehen und andere können zuhören und mit dabei sein. Also alleine das ist doch ein abgefahrenes Wunder, wenn du mich fragst. Das ist crazy. Das ist einfach Magic. Das ist ein Wunder. Und mich interessiert dieses Wunder. Mich interessiert das, wie alles entstanden ist und wo alles hingehen könnte. Wo könnte unsere evolutionäre Entwicklung hingehen? Von den Atomen zu Molekülen, zu Zellen, irgendwann zu Amöben, zu Tieren, zu Mensch. Was geht da? Wohin geht es? Weil Evolution zeigt eine ganz klare Richtung. Und das ist etwas, was mich schon früh begeistert hat. Also seitdem ich auch schon Bodybuilding mache, hat mich Körper und Geist interessiert. Aber ich habe das nie so wirklich für mich entdeckt. Erst eben 2016 habe ich das erkannt, dass ich das schon lange in mir habe. Ich habe auch früher beispielsweise in der Schule, habe ich immer versucht, Leuten zu helfen. Ich weiß noch, als ich im Kindergarten war, Kindergarten, da gab es so eine Frau, die Schwierigkeiten, also ein Mädchen damals, die sehr traurig war, weil ihre Eltern sich geschieden haben, getrennt haben damals. Da war ich, ich weiß nicht, sieben oder acht. Schule, Schule war das. Und ich habe einfach, und es hat mich interessiert, ihr zuzuhören und ihr auch weiterzuhelfen, irgendwie, so für sie einfach da zu sein und irgendwie ihr zu helfen. Und das ist in mir drin und ich weiß auch, warum das in mir drin ist. Ich habe das auch analysiert. Das kommt von meinem eigenen Wunder. Ich bin groß geworden, immer mit einem Gefühl von, ich bin nicht wertvoll, so wie ich bin. Ich bin dumm, ich bin nicht intelligent, ich werde nicht geliebt. Das hat Gründe, einfach aufgrund von meiner Geschichte, wo ich aufgewachsen bin, in welchem Umfeld, mit meinem Vater, aber auch in der Schule. Ich musste die dritte Klasse wiederholen. Ich dachte immer, ich wäre dumm, weil ich Mathematik nicht verstehe. Heute weiß ich, Mathematik ist mir immer am Arsch vorbeigegangen. Und lange Rede viel Sinn. Und wenn ich anderen Menschen helfen konnte, dann habe ich mich in dem Moment wertvoll gefühlt. Und ich habe meine eigene Wunde heilen können durch das auch. Also das kommt, denke ich, von dort, dieser Wunsch, dieses Verlangen auch, anderen Menschen weiterzuhelfen, weil ich mich dann dadurch auch besser gefühlt habe. Und darum war das immer schon irgendwo in mir und hat sich jetzt einfach natürlich nochmal sehr, sehr intensiv entwickelt. Finde ich geil. Finde ich echt gut, dass du so eine Transformation auch gemacht hast und in diese Richtung tendierst. Und ich finde es auch krass zu beobachten, wie das, auch wenn wir nicht mehr viel miteinander zu tun hatten seit damals, trotzdem eine ähnliche Richtung auch eingeschlagen haben. Weil ich bin auch einer, der sich immer mehr mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, immer mehr mit diesen Themen, also Talks auch in letzter Zeit gerade gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du Kurt Tepperwein kennst. Kennst du Kurt Tepperwein? Ja, 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 klar, klar. Mit Kurt Tepperwein habe ich jetzt einen Talk gemacht. Maxim Manke. Habe ich gesehen, habe ich gesehen. Weißt du, was lustiges, Leon? Meine Mutter hat mir den Talk von dir und Kurt Tepperwein weitergeleitet. Nein. Und sie so, hey, schau mal, der Leo. Krass, krass. Die habe ich auch damals kennengelernt. Die war voll cool. Grüßt die mal von mir auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Das sag ich. Vielleicht hört sie, vielleicht hört sie oder sieht sie das, je nachdem, wo du das ausstrahlst, ja. Ja, safe. Vielleicht ist es sogar live mit dabei. Wir sind auf jeden Fall gerade 120 Zuschauer, knapp. Geil. Schöne Grüße gehen raus an den Chat auch. Sorry, ich rede gerade nicht viel mit euch, aber wir sind hier gerade mitten im Talk drin. Auf jeden Fall finde ich es geil, dass das, ich finde es faszinierend, wie Leute, die auf einer ähnlichen Frequenz schwingen, weil ich glaube ja auch daran, dass wir uns nicht einfach so kennengelernt haben damals, sondern weil es auch einen Grund hatte, weil wir uns kennenlernen sollten. Und selbst wenn man keinen Kontakt miteinander hat, dass man trotzdem in eine ähnliche Richtung tendiert, ähnliche Erkenntnisse vielleicht sogar macht und sich dann heute wieder trifft und miteinander quatscht und merkt so, geil, ey. Man hat sich echt weiterentwickelt und man beschäftigt sich vor allen Dingen auch mit ähnlichen Themen so. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Faszinierend für mich, ohne Scheiß. Sehr faszinierend für mich. Was wolltest du sagen? Hast du was im Kopf gerade? Ja, ich weiss, ich denke, es ist immer interessant, wenn wir andere Menschen, wenn wir spüren, okay, das ist ein guter Vibe, oder? Also ich habe dich auf Instagram gesehen und ich habe so gemerkt, okay, das ist ein guter Vibe. Du hast mich so verfolgt und hast gedacht, okay, das ist ein geiler Typ. Oder wahrscheinlich so in etwa, also da war einfach etwas in mir, was dich irgendwo so ein bisschen angezogen hat und da war etwas in dir, was mich angezogen hat. Und das ist ja das Schöne, weil wenn wir uns angezogen fühlen von Menschen, dann können wir immer schauen, okay, warum fühlen wir uns angezogen? Was für ein Wert, was für eine Qualität steckt dahinter? Und vielleicht ist es manchmal Mut oder vielleicht verkörpert der Kraft oder Weisheit oder Schönheit oder einfach Erfolg oder Authentizität. Das sind alles verschiedene Qualitäten, verschiedene Werte zum Beispiel. Und wenn wir merken, wow, es ist Mut, ich finde diese Person mutig und deshalb fühle ich mich angezogen zu ihr, dann kannst du dich nur angezogen fühlen von ihr, weil du den Mut auch in dir hast. Sonst würdest du gar nicht, sonst würde wir aneinander vorbeilaufen und nichts würde passieren. Aber wir bleiben stehen und du erkennst etwas in mir, was auch in dir ist und ich erkenne etwas in dir, was auch in mir ist. Und so geschieht Resonanz, so kommen wir zusammen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es dann sein kann, dass man vier, fünf, sechs, sieben Jahre später immer noch bestimmte gleiche Interesse hat. Muss nicht sein, kann auch in eine komplett andere Richtung gehen, aber meistens ist es doch schon so, dass bestimmte Themen sich überschneiden und man sich beschäftigt. Weil halt eben dieses Etwas drin war, was sich in uns beiden so angezogen gefühlt hat. Voll. Ich habe auch schon immer gespürt, seit dem ersten Video, was ich von dir gesehen habe, dass wir uns persönlich verstehen werden. Ich habe schon bei dem ersten Video gemerkt, okay, wenn ich ihn treffen werde, dann wird der bald geil sein. Weißt du, wie ich meine? Ich habe das gewusst. Das sind ja Vibrations, Bro. Das ist die Frequenz einfach. Wir schwingen auf einer ähnlichen Frequenz in gewissen Dingen und das geht auch so schnell nicht weg. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt schon schön. Für mich war es auch, also für mich ist es immer wieder schön, Menschen zu treffen, wo ich das Gefühl habe, man ist auf einem ähnlichen Vibe, man hat ähnliche Visionen, man hat ähnliche Gedanken, man kann sich sehr gut unterhalten. Wir haben ja auch immer lange Talks gehabt, sehr inspirierend, sehr motivierend. Sowas ist sehr, sehr viel wert, finde ich. Sollen wir mal eine Frage aus dem Chat kurz eingehen? Oder sollen wir erst mal auf das Thema Spiritualität eingehen? Können wir machen. Ich mache es ganz kurz. Wie ich ja schon bereits gesagt habe, es gibt so verschiedene Interpretationen, was bedeutet jetzt Spiritualität? Ich mache das ganz bodenständig, weil ich mag es bodenständig. Und das ist eigentlich ganz einfach. Schau, wenn du dir Gedanken darüber machst, hey, was ist tot? Ich habe es nicht. Du musst treasured.